Hey, hey, hier ist der Mampen-Dribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast mit dem Schwenz G8. Guten Tag. Und wir sprechen natürlich in der aktuellen Folge Nummer 81 über die Last-Minute-Niederlage gegen Dortmund, den Punktgewinn gegen Leipzig und, ja, das Remis jetzt gegen Augsburg, was so ein bisschen uns auf dem Relegationsplatz festsetzt. Micha, Relegationsplatz ist jetzt fest. Wir hatten mit ein paar Punkten mehr gehofft, dass wir vielleicht im letzten Spieltag gegen Union noch auf Platz 15 uns retten können. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich glaube, statistisch gesehen sind es 80% oder sowas, dass wir jetzt Relegationsspielen werden, sei es Heidenheim oder Hamburg. Scheißegal. Was ist deine Meinung dazu? Denkst du, wir spielen Relegation oder zieht Bremen am letzten Spieltag noch mit einem richtig krassen Sieg an uns vorbei? Schwer zu sagen. Also ich habe die Hoffnung, dass Fortuna gegen Union auch einen Punkt holt und dass Bremen nicht zu hoch gewinnt und dass wir dann somit den Klassen- bzw. den Relegationsplatz uns sicher machen können. Und dann, egal wer da kommt, den muss man dann weghauen. Was wäre dein Lieblingsrelegationsgegner, Hamburg oder Heidenheim? Eigentlich lieber Heidenheim, weil Heidenheim halt eigentlich der schlechtere Gegner ist. Ich würde halt sagen, Hamburg ist der schlechtere Gegner. Ja, gegen Hamburg ist es nachher nicht so peinlich, wenn du sagst, ja gegen Hamburg die Relegation verloren oder wenn du sagst, gegen Heidenheim. Ich habe das Thema damit, Heidenheimische, die spielen eine richtig, richtig krasse Saison. So, und denen ist das jetzt egal, ob die jetzt Relegation spielen oder nicht. So, die spielen eine richtig krasse Saison, haben einen High. Ja, also eigentlich fände ich es auch besser, gegen Hamburg in die Relegation zu gehen. Einfach, weil, falls man dann die Relegation verliert, man Hamburg nicht mehr in der Liga hat. Erstmal müssen wir die Relegation erreichen und dann gucken, gegen wen und dann einfach weghauen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Kommen wir noch hin zu Manus, bevor wir jetzt dann in die Spiele nochmal gehen. Lumpi beendet seine Karriere und wird Co-Trainer bei der zweiten oder einer der Co-Trainer bei der zweiten. Die stocken dann da auf. Erstmal vielen Dank für alles, was du für uns geleistet hast, Lumpi. Wir freuen uns natürlich, dass du bei uns dann direkt auch noch Co-Trainer wirst. Er hat jetzt auch zugegebenermaßen lange nicht mehr gespielt für die zweite. Okay, ja, Corona war dazwischen, aber er war auch vorher oft verletzt oder körperlich nicht mehr ganz so fit. Er hat wohl vor einem Jahr mal in einem Interview gesagt, er hätte gerne diese körperliche Robustheit und Kraft, die Oliver Fink noch hat. Ja, da sieht man, dass nicht jeder Körper so lange durchgezogen werden kann wie bei Fink, dass man dafür auch ein bisschen den Körper für braucht und dann vielleicht auch ein bisschen Glück. Und ja, was man dann halt vom Lumpi gehört hat, ist, dass er körperlich einfach keine 90 Minuten mehr schafft, auch nicht mehr in der Regionalliga. Aber finde ich gut, dass er dem Verein erhalten bleibt, war ja eigentlich Pflicht, so eine Vereinsikone nicht ziehen zu lassen, sondern die zu bringen. Er ist ja, ich würde dir behaupten, so wenn du jetzt mal nicht in die 90er guckst oder in die 80er Jahre, ist Lumpi Lamberts halt die Vereinsikone seit 2000. Also wir haben da nicht viele andere gehabt, die diesen Status erreicht haben. Okay, vielleicht kannst du sagen, ja, Jens Langeck hat das vielleicht erreicht, Adam Bocek, Oliver Fink, ja, aber das hört dann auch schon auf. Kannst natürlich auch noch vielleicht den ein oder anderen Oberligaspieler da reintun, der ein paar Jahre bei Fortuna war. Ja, aber diesen Mount Rushmore, sagt man, glaube ich, macht man gerne im US-Sport. Ja, da steht Lumpi Lamberts persönlich für mich ganz oben im Mount Rushmore. Ihr könnt ja gerne mal eure Top 5, also euren Mount Rushmore gerne mal in die Kommentare oder unter dieses Video oder wo auch immer ihr das konsumiert, einfach mal reinballern. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an projektmegafundpodcast.gmail.com und dann werden wir das auch mal vortragen, wer eurer Fortuna Mount Rushmore ist. Das können wir dann wunderbar in die Abschlussfolge verpacken. Ja, es wird sich alles zeigen und auch gezeigt hat sich, dass Fortuna gegen Dortmund in den letzten 5 Minuten halt irgendwie weg war. Man war schon in der Kabine. Da kommt natürlich Haaland und weiß ich nicht, der macht den Cristiano Ronaldo, springt 100 Meter in die Luft und köpft den Ball dann lang in den Winkel. Ja, ist halt scheiße gelaufen. Der Punkt hätte jetzt retrospektiv auch nicht viel geändert an der Tabelle. Außer, dass du vielleicht jetzt schon den Relegationsplatz sicher hättest. Aber ist natürlich ärgerlich. Michael Fortuna spielte im 5-2-2-1. Wie siehst du retrospektiv den Niederlage gegen Dortmund? Würdest du sagen, ja, ist egal, haben wir damit gerechnet? Oder tut es am Ende doch weh, dass der eine Punkt da fehlt? Ja, das ist halt, wie schon so oft gesagt in diesem Podcast, so dieser Tritt ins Gesicht, wo du hoffst und denkst dir so, ja, die Mannschaft spielt gut. Das Spiel fängt eigentlich gut an. Man merkt, oh, man kommt gut in die Partie. Man kann gut mithalten, man steht hinten gut. Dann hat Dortmund die erste Chance, wo halt 3 gegen 1 auf den Kastenmeier zulaufen, wo der Kastenmeier den Ball gut klärt. Dann ja die Aktion, wo der Dortmund an das Tor schießt, wo der Ball vorher an den Oberarm geprallt ist, was dann durch den Videoassistent Referee zurückgenommen wurde, wo du denkst, oh, heute läuft es halt mal für uns. So dieses, der Kastenmeier hält halt die riesen Chance von denen. Dann machen die ein Tor, was zurückgezogen wird, wo man sich auch denkt, ja, regeltechnisch, die Hand war am Ball, muss zurückgenommen werden. Aber ob die Regel da so viel Sinn macht, ist natürlich was anderes. Ja, und dann... Ich komme vielleicht gleich noch zurück. Und dann denkt man sich, ja, dieses Mal läuft es und dann 5 Minuten Nachspielzeit und dann genau in der 5. Minute der Nachspielzeit geht der Ball halt drin, wo ich mir auch denke, könnt ihr nicht einfach in der 60. Minute das 1-0 machen und das dann irgendwie runterspielen? Ja, aber das war halt nicht zu verteidigen. Der Haaland springt halt aus dem Stand, 10 Meter in die Luft und trifft dann den Ball. Das ist halt... Ich weiß halt nicht, das ist so... Haaland ist natürlich ein Spieler mit einer gewissen Klasse. Der hat halt wahrscheinlich auch eine krasse Prämie für Tore im Vertrag. Der will halt und deshalb schraubt er sich dann in der 95. Minute nochmal 10 Meter in die Luft. Aber etwas, was ich halt wirklich irgendwie krasser war, ist dann das 2-2 gegen Leipzig. Und für mich ist es insofern geil gelaufen, weil du halt mit zwei Niederlage umdrehst. Was halt eigentlich zeigt, Fortuna kann Tore schießen und kann offensiv agieren, wenn man möchte. Okay, viel passiert da auch. Erst nachdem Skripsky eingewechselt worden ist, der machte dann das 2-1 selbst. Michael, wie würdest du das Spiel jetzt einfach mal zuordnen? 2-2 gegen Leipzig, man hat 5-2, 1-2 gespielt. Man hat leicht verschoben zu dem Dortmund-Spiel. Aber grundsätzlich war dieser Wille für die drei Punkte auch schon wieder zu sehen. Aber an der Qualität scheint es einfach zu hapern. Ja, also gegen Leipzig ist das natürlich... Scheitert das natürlich an der Qualität. Aber war halt auch ärgerlich. Das war so ein Spiel, man hält eigentlich gut mit gegen Leipzig. Man lässt wenig zu. In der 60. Minute haut der Kampel dann den Schuss aus 25 Metern raus und setzt den Ball in den Winkel. Ja, wo du dir auch denkst, ja, fuck, ne? Ja, und natürlich kommt dann direkt drei Minuten später das 2-0. Ja, wo man dann halt auch gemerkt hat, dass der Röster dann dachte, oh shit, schnell Ruhe ins Spiel bringen, damit das kein 5-0 wird oder so. Und dann hat er auch als Antwort auf das 2-0 sozusagen in der 66. Minute direkt drei defensive Wechsel gemacht. Also so praktisch, okay, wir mauern uns jetzt das 2-0, damit wir nicht die Tordifference komplett verkacken. Und dann kamen halt Sobotka für Berischer, Karamann für Hennings und Zimmermann für Zimmer. Und ja, einfach mal, sag ich mal, Defensivwechsel, um dann nochmal Sicherheit und Ruhe ins Spiel zu bringen, um das 2-0 zu halten. Und dann, als man dann gemerkt hat, oh, das Spiel beruhigt sich, kam in der 75. Minute nochmal Tommy rein, nochmal ein bisschen offensiver, um vielleicht mal noch ein Tor zu schießen, um die Tordifference zu verbessern. Dürger kam dann auch noch in der 82. Minute. Das war für mich dann sozusagen, erst hat man gewechselt, um Ruhe ins Spiel zu bringen und als man dann am Ende gemerkt hat, oh, Leipzig geht nicht mehr voll drauf auf das 3-0. Vielleicht macht man nochmal ein 2-1, um die Tordifference zu verbessern, weil die aktuell ja schon wichtig ist. Dass dann am Ende wirklich noch ein 2-2 draus wird. Ja, da haben, glaube ich, die Spieler selbst nicht dran geglaubt, sondern das ist dann einfach passiert, weil man eigentlich noch die Tordifference verbessern wollte. Und dann dachte man sich, oh, jetzt war der eine Ball drin, wo der Karamann sich da durchsetzt, wo dann auch gemeckert wird von wegen, ja, warum war das kein Foulspiel? Ich meine, wo ich mir denke, ja, es ist ein Zweikampf, ist halt Fußball. Ja, am Ende habe ich irgendwie selber nicht geglaubt, dass man dann wirklich 2-2 gespielt hat, obwohl man nach dem 2-0 gefühlt Angst hatte, dass man jetzt komplett abgeschlachtet wird. Ja, ich war so ein bisschen erleichtert, aber auch frustriert. Der Fortuna kam zurück, machte zwei Tore und das freute mich, aber auf der anderen Seite, ja, Gwann-Mainz einfach 2-0 gegen Dortmund. Was mich halt dann doch so wieder so ein bisschen auf den Boden der Tarnsachen zurückgeholt hat. Und das scheint aber auch mit der Fortuna als gesamte Mannschaft passiert zu sein, denn wir sind scheinbar nur so gut wie unser Gegner. Und derzeit gab das Augsburg-Spiel, wunderbar. Die ersten Tore passierten in der 10. Minute von Niederlechner und dann 25. machte halt Hennings aus, 20 Meter, mit dem linken einfach mal einen rein. Na klar, es gab das Handspiel von Eihar mit dem upperkanten Tor. Ja, aber irgendwie war es das auch. Also da war jetzt nicht eine Szene bei Eihar, wo du sagst, oh komm, boah. Und jetzt ist hier nochmal eine krasse Torschance. Es war einfach nicht von der Fortuna, da fehlte ein gewisser Druck. Und da hilft dann leider auch Skripski, der dann kam, nicht mehr viel. Und Micha, wir haben eben in dem einen Spiel ein Handspiel gehabt, wo wir beide sagten, uff, das ist schwierig, aber der Ball berührt die Hand, deswegen kann man es geben. Jetzt das Handspiel von Eihar, der wird irgendwie geschoben, geht nach vorne, hebt die Hand, kriegt dann den Ball an die Fingerspitzen. Das ist der Momentum des Balls, ändert er irgendwie nicht. Klar, Handspiel wurde entschieden, Handspiel wurde gepfiffen, Tor zählte nicht. Aber war es denn für dich wirklich ein krasses Handspiel, wo man sagen muss, das muss man pfeifen? Oder ist es halt einfach die Regel, die halt mal ausgelegt worden ist, wie sie eigentlich ist? Das ist halt ein Handspiel. So, wo ich mir auch denke, was macht der Eihar da? Weißt du, der versucht, den Elfmeter zu provozieren, um den Skiri zu signalisieren, ey Skiri, ich wurde geschubst. Und versucht er theatralisch zu fallen und kriegt dann unglücklich den Ball an die Hand. Und dann denke ich mir, der war Trottel, weißt du. Also, ja, hat halt Eihar in dem Moment verkackt. Ja, bisher nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass er verkackt. Also, der fällt ja in den letzten drei, vier Spielen regelmäßig mit so Zeugs auf. Irgendwie wirft es auf ihn so ein bisschen als Mensch ein bisschen ein schlechtes Licht. Ja, das ist halt der Eihar, den wir halt kennen von da, als er zu uns kam. Als er halt für jeden Scheiß eine gelbe Karte sich abgeholt hat. Ach ja, der Gegenspieler niedergerasselt hat. Ja, und also das ist halt, sag ich mal so, man merkt Eihar an, dass er in der aktuellen Lage einfach schwache Nerven hat. So, und er ist immer noch einer der besten Spieler im Kader, würde ich behaupten. Aber man merkt es ihm halt an, dass er ja auch jetzt versucht, so mit allen Mitteln irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen. Verständlich, ist ja eigentlich auch richtig, dass man so Spiele hat. Aber das ist so, der Eihar hatte sich halt in den letzten zwei Jahren, hat er sich so eine Coolness angeeignet, dass er halt so ein Kinderkram, sag ich mal, nicht mehr gemacht hat. So mit gelbe Karte kriegen wegen meckern und weiter meckern und dann innerhalb von 30 Sekunden gelb-rot zu kriegen. War halt früher eigentlich normal für einen Eihar, so dass er sich gelbe Karten für irgendwelche Kindergartengeschichten, sag ich mal, eingeholt hat. Und das hatte der jetzt abgestellt. Und jetzt irgendwie in den letzten Wochen kommt das wieder irgendwie zurück, weil er natürlich, man merkt natürlich, ist die Mannschaft angespannt. Und bei ihm merkt man das halt krass, weil Eihar kann, glaube ich, als Gegenspieler auch ein richtiger Asi sein. Also so ist es natürlich auch positiv, aber manchmal hat er wieder diese Phase, dass er halt über die Stränge schlägt. Und in dem Moment war es halt dann unglücklich, dass er da einen Schubser spürt, dann versucht, theatralisch zu fallen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dadurch, dass er dadurch dann den Arm oben hat, natürlich auch leicht durch den Schubser. Aber der Arm war ja erst ganz oben, weil er den Arm heben wollte zum theatralisch Fallen und dann noch durch den Schubser war halt ärgerlich. Und im Nachhinein beim Gegentor irgendwie gefühlt eine Minute später, wo er einfach reingrätscht mit 100 kmh und der Niederlechner einfach, sag ich mal, stehen bleibt und den Eiharn vorbei, wo ich mir auch denke... Falls ihr euch noch an die Superkickers erinnert. Ja, wo ich mir auch denke, letzte Saison, also wo Fortuna halt in der letzten Saison so Selbstvertrauen hatte, da hätte Eiharn den einfach nur geschält, den Ball abgezogen und dann irgendwie noch den zweiten Verteidiger am 16er ausgedribbelt und dann einen geilen Pass auf den Flügel gespielt. Aber dann merkt man halt, dass da auch, sag ich mal, die Eier fehlen, wenn du halt kurz vorm Abstieg bist, die man halt hat, wenn man dann irgendwie auf Platz 10 rumwimpelt wie letzte Saison und nicht denkt, boah, wir sind die geilste Mannschaft der Welt, wir sind einfach Zehnter. Ja, das merkt man halt krass, dass die Nerven flattern beim Eiharn. Aber er spielt halt spielerisch eigentlich immer noch gut, nur man merkt halt, dass dann seine Hitzigkeit doch wieder ausschlägt in so Momenten. Er fällt den alten Muster zurück und packt die Zubasa-Ozora-Gedächtnis-Grätsche aus. Wir haben jetzt noch ein Ligaspiel und danach geht es dann hoffentlich in die Relegation. Wir haben das eben schon angeschnitten. Letztes Ligaspiel ist natürlich gegen Union und was ist so dein Tipp? Fortuna Sieg, Fortuna Unentschieden, vielleicht doch eine Niederlage und Bremen gewinnt 4-0 und dann steigen wir doch direkt ab oder was ist so dein Feeling, dein Mood? Ich habe das Gefühl, ob wir absteigen oder nicht, hängt ganz von allein von Bremen ab. Weil ich glaube, wir werden maximalen Unentschieden holen gegen Union, außer Bremen gewinnt 4-0, dann wird es halt nicht mehr reichen. Außer Bremen gewinnt 4-0 und Fortuna spielt 4-4, dann werden wir Punkt und Tor gleich und dann wird der direkte Vergleich zählen und dann wäre Fortuna wieder 16. Aber ja, also ich sage mal so, eigentlich müssen wir auf Köln hoffen und wenn du auf Köln hoffen musst, ist es halt wie wenn du auf Dortmund hoffen musst, dann bist du halt verloren. Also ich sage mal so, Köln rein aus Derby grinden, wenn der Horn dann auch sagt, ja der hofft, dass Fortuna absteigt, wo ich mir dann auch denke. Wenn es einen Elfmeter in der 90. Minute gibt und es steht 3-0 für Bremen, denke ich mir auch so, ja der wird es jetzt nicht versuchen, den unbedingt zu halten, den Elfmeter. Ja und bei Dortmund, man hat sich zweimal auf Dortmund im Leben verlassen müssen, zweimal wurde man kräftig enttäuscht. Ja, aber Dortmund hat ja an sich auch ganz andere Probleme im Moment. Ja, sie denken, sie sind Bayern, sind aber nicht so wie die Bayern, aber im Prinzip sind sie genauso arrogant wie die Bayern, aber fühlen sich für was Besseres. Dabei ist es auch eine Aktiengesellschaft, nur halt in Scheiße. Ja, aber das ist halt das Problem bei Borussia Dortmund. Du hast halt einen Kader, der halt durch die Stärke halt sehr vom Talent kommt und wenn das Talent halt mal nicht zieht, dann bist du halt nicht mehr auf Bayern-Niveau, sondern dann kämpfst du mit Leverkusen und Leipzig um die Champions-League-Plätze und bist auf deren Qualität, dann bist du halt nicht mehr, weiß ich nicht, Champions-League-Top-10- oder Top-11-Mannschaft. Naja, sprechen wir nicht über die Champions-League. Ich habe keine letzten Worte mehr, ich hoffe natürlich, dass die Fatula gegen New Berlin gewinnt. Mein Tipp wäre da ein 2-1 für uns natürlich und dann denke ich mal, dass wir in die Relegation gehen und dort halt dann auch gegen wen auch immer gut spielen werden. Ich bin gespannt, was dann passiert, weil das ist ja dann doch eine ziemlich lange Pause. Klar ist dann zwischendrin noch dieses Blitz-Turnier, Champions-League und Europa-League. Davon soll, glaube ich, die Europa-League, weil das soll, glaube ich, in Düsseldorf ausgespielt werden. Ja, die sollen in Köln, Düsseldorf, Duisburg, warum auch immer Duisburg und Gelsenkirchen. Auf jeden Fall, Finale soll in Köln stattfinden und die anderen Paarungen, die werden dann auf, wie gesagt, Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen aufgeteilt. Eigentlich cool, eigentlich könnte man sich das auch angucken, vor allem wo die deutschen Vereine jetzt einen Vorteil haben, weil sie, sage ich mal, schon im Rhythmus sind. Vielleicht hätte man sich dann irgendwie Europa-League angucken können in Düsseldorf, aber geht ja nicht. Ja, ich freue mich, wenn ich mal wieder ins Stadion gehen darf. Corona-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, it's really bad, man. Genau das. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Grüße gehen raus, gut Kick in die Runde und tschau. Prost.